Hallo, heute sind wir in meinem Büro. Das ist der Schreibtisch. Aber zwei Schreibtische. Was ist das? Das ist der Stuhl. Aber zwei Stühle. Was ist das? Das ist der Computer. Aber zwei Computer. Was ist das? Das ist die Maus. Aber zwei Mäuse. Zwei Mäuse. Was ist das? Das ist das Buch. Das Buch. Aber zwei Bücher. Zwei Bücher. Was ist das? Das ist der Textmarker. Der Textmarker. Aber zwei Textmarker. Die Textmarker. Was ist das? Das ist die Klammer. Die Klammer. Aber zwei Klammern. Zwei Klammer. Was ist das? Das ist der Radiergummi. Der Radiergummi. Aber zwei Radiergummis. Zwei Radiergummis. Zwei Radiergummis. Was ist das? Das ist das Handy. Das Handy. Aber zwei Handys. Zwei Handys. Zwei Handys. Was ist das? Das ist der Anspitzer. Der Anspitzer. Aber zwei Anspitzer. Zwei Anspitzer. Was ist das? Das ist der Bleistift. Der Bleistift. Aber zwei Bleistifte. Zwei Bleistifte. Zwei Bleistifte. Was ist das? Das ist die Schere. Die Schere. Aber zwei Scheren. Zwei Scheren. Was ist das? Das ist der Briefumschlag. Der Briefumschlag. Aber zwei Briefumschläge. 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 Was ist das? Das ist der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Aber zwei Kugelschreiber. Zwei Kugelschreiber. Was ist das? Das ist das Heft. Das Heft. Das Heft. Aber zwei Hefte. Was ist das? Das ist der Filzstift. Aber zwei Filzstifte. Was ist das? Das ist der Kalender. Aber zwei Kalender. In meinem Büro habe ich auch einen Papierkorb. Das ist der Papierkorb. Aber zwei Papierkürbe. In meinem Büro habe ich auch ein Regal. Das ist das Regal. Aber zwei Regale. Und was ist das? Das ist der Drucker. Der Drucker. Aber zwei Drucker. Zwei Drucker. Und das ist alles. Dankeschön. Tschüss.